ok leute willkommen zurück zu joshis island wir können sofort zum schloss von andré eine französische planze so ich mich erst mal vorweg entschauen dass meine nebenprojekte ein bisschen länger brauchen weil ich habe momentan kaum zeit zu aufnahmen und das tut mir wirklich sehr leid weil naja ich habe dann ziemlich viel zu tun und und von daher kann ich meine nebenkleidung leider oder generell projekte die ich noch nicht fertig aufgenommen haben leider nicht aufnehmen so oft ich auch zeit habe also ich kann nur aufnehmen mit zeit haben dass man ziemlich wenig also wenn ich mal zeit habe nämlich jetzt nur noch am stück auf die jetzt jetzt machen also und das nicht wenn jetzt einfach nur der part mal irgendwann mal beendet ist weil ich habe mir ein paar joshis eine folge vorgenommen jeden part mit begrüßung und beendung zu machen aber wird leider nichts raus weil ich werde jetzt ein stück aufnehmen weil ich gerade zeit für aufnahmen ausnahmsweise ich glaube es nicht von daher nehme ich jetzt mal ein stück auf und ja ja komm lame aber es wirkt hier schaffe ich es aber auf anhieb nice nice okay sich in der rote münze oder ja klar wer der logo ich habe keine eier mehr ha ha ich liebe diese eier bitte wie loshi silent da muss man es nie genug geben nie so über die wandel über die wandel jawoll das ist ein skill shot oh awesome ich kriege langsam schuss geht so geht es lang gibt nur ein weg ok oh oh mein gott schlimmer als jeder wow ich kann ich kann kein platte sprung was zum teufel wieso ich kann kein platte sprung was zum was zum himmelswillen gibt es einem vor so ich habe angst und sie wieder hallo dich tötet mal weil ich lust drauf habe so spuck mich an spuck mir ins gesicht wenn du dich traust so sternkreis will ich noch nicht betätigen einfach mal weil das ist glaube ich der einzige in dieser verfestigung in diesem schloss ist naja wow wow nein 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 nicht wo meine fresse wow nein nicht so wieder so ein schleimbolzen was auch immer wieso kotzt du noch aus so wenig eier und tot naja tot ne moment stopp ich brauche ich brauche hier noch eier wow leck warum muss es lecken wenn ich vor gefahren stehe naja ich nehme darauf oder ja perhaps sagt er es nimmt auf und ohr leck das ne leck wow wow ey wow okay gut der ist schon mal tot das finde ich warum muss immer länger wenn ich hüpfe ähm perhaps bitte don't verarscht me ja don't verarscht me das ist englisch und ich wurde gefressen aber das ist blau es wird was es ist die farbe und auch komm ich hab mir einfach nur zurück so komm spuck mit einem schalter ins gesicht spuck mich an du geile schlange hust hust es könnten so kinder zusehen egal so ausgekotzt 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 komm kotz mir ins gesicht junge wenn du dich traust oder auch nicht ich würde sie mir nicht dran kommen lassen wow ha gemammt das nenne ich gut so jetzt kann ich auch mal den stern aktivieren wow wow schönes wasser nein oh ihr seht oben da ihr seid doch faschisten so jetzt ah und sterne sterne das wasser ich mag kein wasser ich bin wasser schon so hier oben war noch eine piranha-pflanze echt egal ähm komm ich glaube da oben muss ich irgendwas abballern also nehme ich lieber mal die kleinen ähm keine ahnung was das sind ich habe zu jemals kleine ähm äh pistats im nivsi angesehen ich weiß nicht wieso aber es ist einfach so so noms so äh noms ich habe eine blume genoms okay nehmt keine drogen kinder na gut ich nehme auch keine aber warum muss es immer lagern craps was tust du mit mir ich habe dich jemals angeschrien ich bin die chemtese okay aber es ist wirklich ein manchmal fail wohl über die aufnahme da packt es rum aber Mist komm spuck mich an spuck mich an wow wow und weg mit dir rüber äh einmal anspucken bitte oder mehrmals bitte noch mehr danke und BAM und BAM oh ich bin total schnell gesagt ähm ah okay Banden schießen angesagt ich kann es auch im Klug machen aber ne Banden macht mehr Banden macht mehr Spaß that's in your face ah okay dum 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 ähm so jetzt okay komm her noch einmal BAM ins face so komm spuck mich an spuck mich an spuck mich an du pflanze und und komm ja 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 das finde ich gut gut und habe ich alles was mir fehlen noch ein paar münzen sterne dann genommen sie und und neuer verschwuch verschwuch wir versuchen ja sterne zu kriegen und kein sternkreis danke nintendo danke vielen dank das kommt ein geiles action hier bis zum ohr überall verschmutztes wasser nirgends wo ein sternkreis und wir sind jetzt so hier gibt es einen kleinen bug also es ist keine gewollte es ist es ist ein gewollter back wie wir mal kurz in selbst setzen um es euch zu zeigen hier in 10 und zwar sieht man da schon ein boss moment wenn wir ihn jetzt schon abballern das geht und boss geschafft aber ich bin nicht lang ich mache den boss auf reguläre weise ihr kennt mich ja also let's post heim ich bin ein bisschen vergesslich aber und jetzt es geschieht es wäre zu zu einer großen piranha pflanze ja mit viel kein episches wort ein und habe ich ja ja dieser boss ist extrem genial einer meiner liebens bosse müssen wieder banken schießen dass die deluxe klasse weil hier muss man wirklich das können und und ein setz schädel um ein neun kommt red ich um und noch einen schoß sind ich noch ein ei all right let's do it und er wird zu stein und oder zu stau na ja zu asche irgendwas und nun haben wir nach reguläre weise besiegt denn wir sind ein super blaumen joshiii du hast ja du hast glaube ich traurig war der blie lange stimmt ja richtig genau 30 20 100 ich kann zählen 30 plus 20 plus 5 mit 100 eure lehrer wollen sonst nur scheiße erzählen du 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 und ja 3 7 muss ich noch komplett machen bonus 3 3 schon wieder egal erst mal wieder mal terroristen joshi al-qaida joshi ja und lange gehisst das heißt wir sind der könig über die sumpf und wasserwelt und wir kommen luigi immer näher aber erst mal hier ach ja bad bad noch nicht dieses lieb lied lied ja lied ist ein lied du 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 das lied finde ich cool also die soundtrack hier aber ich dieses level einfach hasse all right yeah ich sage viele zu oft all right warum sage ich das so oft ich habe keinen plan verdonnert mich deswegen nicht la 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 hör auf zu singen das kann ich nicht nein nein das kann ich nicht okay kannst du die affenkette ist sehr böse sie wollen mir das baby clown oh nein warum wollen sie mir das antun hey cheep cheep geh weg immer diese jeep cheeps im wasser sie sehen böse und geben mir keine eier das sind teufelsvier ich vertausch wieder mal alles durcheinander verzeiht mich bitte leute euch es tut mir leid du bist ein Affe und gibst mir ein paar Sternchen Hallo Moment war da Moment so STRAMPEL Was ist denn hier Nix Sieht berichtlicher aus Ja was hat mir gefehlt Ne 92 Oh Hört sieh mehr aus Verdammt, ich hab keine Eier mehr Scheiße Es war Eier Verschwendung für die anderen Eier Aber wenn es nicht anders ging Jetzt oder oben gibt es eh neue Eier Eier zum Nachloden Eier reloadn Eier 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 sowas gibt es mir ein leben das finde ich moment mal 127 abbald mehr als die ersten pokémon um ein gott und nun sie sich selbst in die luft gesprengt das finde ich schon dieser terroristen der arten sind terroristen und ich kann schon waffen halten und ich mache ich lieber aus dem und wieder ein leben bekommen viel zu viele leben so viele brauche ich nie warum bin ich damit so kommen wir auf deinen kaktus du machst ja keine faxen du affe melonen power ich liebe melonen die schön pralle melonen hust hust melonen sind schon brachte maschinengewehr joshi und ist das noch mal ein normales ok was gibt es hier ich glaube sterne und leben sterne du kommst her und ag nachladen und stamm ja blöde fiese stachel Das finde ich nicht schön, ihr seid fies und gemein, ist hier was versteckt, ne warum, warum sollte da auch was sein, schalalalalalalala, komm 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 komm, mehr aus dem Weg, ne zu spät, egal, so, dann kriecht man nach rechts die kleinen Schamanengeist, ne, Barbaren, ne, ich weiß nicht genau, was es sind, ich glaube, es sind mal Barbaren, egal, es sind keine Barbaren, so, hier warte ich mal,